Unterwegs im wunderschönen Jura, hoch über dem Dorf Graval, hier die schöne Südwand von Pikte Graval, ich mit Nicole eben erklettert bin. Vielen Dank, bravo! Wunderschöne Kalkfelsen. Nach links die wunderschönen Hügel vom Jura aber der Jura gilt selbstverständlich auch als Gebirge. Verteilt auf die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Rund 140 Millionen Jahre alt. Besten Dank und allen gute Touren!